so und weiter geht's ja die nächste folge ja was war passiert bevor ich die aufnahme bände aber ich habe sie vorher beendet aber das hat er dummerweise nicht ja in ein paar werde ich wegfahren man hier arbeiten nicht so jetzt habe ich schon mal etwas mehr naja die kommen hier ja nicht rein alles zu und weiter geht hier seht habe ich einiges aus der alten base mitgenommen man ging auch etwas was man brauchen kann das hier zum beispiel wichtig erst mal hierhin dahin eben brauche ich ab jetzt kann ich einige sachen wegpacken die ich nicht brauche ihr seht habe ich ein paar oder mitgenommen bisschen einfacher hier die sachen zu sortieren dann ab 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 gesagt also ich werde häufig alten base weg gegen kurz dach mitnehmen d 1 2 3 4 so das ist wichtig dass man auch ab und ab noch die alte base sieht dann haben wir das das 3 hier rein so dann haben wir 256 da brauchen wir haben wir Update für so das Buch da Name Rewards Soran, Orange, Clay and Essence Seeds Hier rein, auch hier nicht Dann können wir das mal hier reinpacken So, was brauche ich jetzt? Was brauche ich? So, jetzt zeige ich euch mal, wie man Copper Seeds macht Copper Dafür brauchen wir Hier Essences von Copper Das war die Büchertasche Hey, wo habe ich denn jetzt die Materialtasche, 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 Materialtasche Da hat ein White Bag, vielleicht hier Ne, hm, wo könnte das jetzt sein, was ich hier mache Vielleicht muss ich das mal machen Vielleicht So, was ist die Nein Auch nicht Ja, hier habe ich fast Nicht viel, aber Okay, den brauche ich Auch nochmal mit Spitzsacke, 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 wo bist du? Das brauche ich einfach kurz Okay, jetzt habe ich keinen Keinnam laufen, aber das ist auch egal Aber dann machen wir hier Und dann Da haben wir hier draußen, alles Ich habe noch Sachen ok das richtige So, im späteren Verlauf ist es besser wenn wir die selbst anbauen. Ich habe einfach versucht hier alles anzubauen hier. Ich habe gerade viel was ich bekommen habe, aber am Anfang wird es wohl erstmal reichen. So, da wird noch einiges machen müssen. Wo oben hin? Was machen wir hier rein? So. Ah, die Klamm zum Aufwärts. Das heißt, die Orang kann ich noch mal stehen. Dann lassen Sie sich die Luft aufbauen. Da kommen schon. Ich bin nicht auf die Ferne an, ne? Da lasse ich mich jetzt da nur noch 40 Fäumen geben. Na gut. Weil, ich habe gesagt, Leben geht auch da. Wenn wir in diesem Regulation schreiben, hätte ich, wie gesagt, jeden Tag eine Ferne anbauen. Und? Ich habe schon vorproduziert. Oh. Ah, den würde ich nicht abreißen. Ja. Dann setzen Sie mich. Ah. Dann setzen Sie mich. So. Ich kann schon sagen, dass wir schon richtig gut sind hier. Ich kann noch andere Summe sehen, dass ich hier nicht gehe. Danke. Eine? Okay, keine mehr. Oh. Oh, weit habe ich alle. Au, ich werde aufziehen. Noch ein bisschen hier was dran machen dann. Der Base. Wenn ich die Möge abkriege, aber... So. So. Oh. Oh. Weiß ich immer die hier mit ab. Oh. 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 Ich hab die Welt in der geworden zu sein. Oh. Oh. Oh, das war's. Oh. Jetzt können wir die abgleichen. Also stellen wir die Base. Hier werde ich ein paar ausstellen. sehen hier welche dann sieht das ein bisschen schöner aus da brauche ich mal eben hier drinnen was noch und das buch hier 16 mal clay wie viel haben wir hier hm hier fehlt clay mal mal gut und fehlt noch holen wir einen stein bei dir nach auch clay haben nein haben wir nicht wir haben andere sachen die wir gut gebrauchen können hier haben wir schon mal eine essenz die wir gleich brauchen werden nicht ein gebrauch mal die karotentasche fünf nichts auch nichts auch nichts kack kack mal gleich mal gleich kack mal gleich mal gleich mal gleich mal gleich mal gleich und ob sie bald das noch noch weg ist ja ihr stück von mir habe ich hier 1 2 3 4 5 7 8 9 10 also wir brauchen mehr als zehn also ich habe mal zwei sensions raus 10 stück jetzt Schauen wir mal diesen weiter weg. Ah, und da ist es auch schon, was ich gesucht habe. Alles zusammen. Okay, wir brauchen Floral-Grey, Weak-Essence und Red-Send. Red-Send bekommen wir irgendwie da raus. Die ganzen Essenzen kriegen wir hier raus, die wir brauchen. Da ist also Clay sammeln. The Factory können wir noch nicht machen. 12 Clay und Mystical Grey Flower sammeln wir erstmal. Mr. Grey Flower habe ich hier zwei. Okay. Ach, Light-Grey. Mr. Light-Grey, Mr. Light-Grey, da habe ich genug von. Zack, war das schon mal weg? Was war das denn noch? Grey Powder, Sand and Essence. Da haben wir ein, gut. Mystical Grey, ja, da brauchen wir doch was. Hier hin. Mach ich mal schnell. Fuck, 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 fuck. Dann machen wir das fertig. Mach mal Red-Send. Weak-Ding machen wir hier hin. Dann suche ich jetzt mal Red-Send. Wie viel brauche ich noch? 16. Okay. Das nehme ich. Okay. Ich repariere das nebenbei. 16 Mal Red-Send. 16 Mal Red-Send. Mal ob ich hier Wacher Red-Send finde. Oh, sogar Glück-Update. Oh. Wie gesagt, davon brauchen wir ja nicht mehr Glück. erst mal zwei mal kurz auftauchen gut dass ich mich ganz mehr begeben habe mal wieder kurz auftauchen wie gesagt es gibt dann hier wieder was dran gemacht neune brauche ich noch die fahre mich an einer anderen stelle eben schnell dieser kleine mine hier mehr mit wird eine super flutet das ist man das doppelte vertreten wir brauchen noch das ist ein bisschen einfacher hier dann ist jetzt kommt hier besser was brauchte ich jetzt noch das habe ich das geht noch jetzt lass mal stehen also ich kann euch sagen das wird ich weil einfach am anfang so hier ist late light and weak nochmal erstmal die mal was brauchen wir noch wie viel iron okay brauchen wir dreimal iron weak essence viermal und zweimal essence of copper zwei essence of copper habe ich schon was ich brauche packe ich mir mal hier rein und dann haben wir das auch schon mal und dann haben wir das auch schon mal das haben wir jetzt auch das haben wir jetzt auch 12 weak essence so das kann der chance ein bisschen dauern ja wann es weiter geht mit regross erfahrt ihr nicht wie es weiter geht bei regross erfahrt ihr nicht zum vergangen also bis zum nächsten mal euer dj bis zum nächsten Mal